Aber nicht vergewaltigt Heavis, dazu zählt auch der M103 Wir gehen hier in diese Quergasse hier rein Wer die erste Schelle frisst Premium hat schon wieder merkwürdige Träume Wer die erste Schelle frisst, ne, sieht beim Planfressen in aus Ich dachte eher, wer von mir die erste Schelle frisst Achso Wer die erste Tausende Schelle in der Fresse hat Der muss die Gegner ausfahren, wer das ist Wer wird sie freuen Die werde ich Träume ziehen Wer zuerst schwirft, muss im Clanfressen in einem Bikini rumlaufen Ich drück die Ohren rein Das wollt ihr nicht sehen Also Loro, beginn mal Selbstmord Näää Ja, bei meinen anderen möchte ich nicht im Bikini sehen Jetzt nicht alle durcheinander, bitte Ja, bisschen nicht zu fliehen Leopard, links Wer ankommt, Frau Feuern Willi Und Gleit Wie Willi Number Wie Wie Ska Ich geh in die Stadt und schweck rüber. Hier drüben ist nix. Außer den beiden. Gut, jetzt flankieren. Ich will wissen, wo der Waffeltrackler ist. Für die Base treffen. Ja, verdammte Bötschel. Sie hat auch genau an der Wohnsatte. Ja, das können Sie gut. Boah. Wir müssen aufgeben, mit dem... ...drehen. ...meh. Waffenbringer steht bei K1. Ich kann raus holen. Also, Fischer hat getrennt. Aber auch Blindfischer hab ich nicht gesehen. Der Großtreffer! Bitte wieder funktionstüchtig, los geht's! Wätschel dennoch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Waffenträger ist offen. Waffenträger verpistet. Na gut. Ja. Hör aufzuleggen! Du bist gefallen und schießt noch den WT noch nicht. Hast du hier drin oder was? Ja, gleich. Er möchte mit dem WT runterfahren 4, 3, 2, 1, nein Warte schön So, jetzt bitte auf den Heavy Trop hier rauf Ausfahren Sorry So weiter Kommt hier alle ran Ausnehmen auch den E100 nicht vergessen Der macht auch gut Schaden Warum sind nur noch 4 Panzer 3er 57 Heavy ist One-Shot Ich will auch noch was vom E100 Komm her E50M schiebt mich an Bereits zu Feuern Wir haben auch die Gebt euch das mal Gebt nach Hause Danke Frank Wer möchte eine fressen? Wer möchte eine haben? Und ich drüber fahre Mango Pastetchen Gerne Wie war das? Wer stirbt Muss zum Klangreifen im Bikini rumlaufen Wir hätten auch gepasst Wer war's denn? Belfen Ja du So Jetzt